Nicht da und unter der Flasche! Jaaa, ich sterbe ja nicht in die Lava! Der ist auf der Platte! Ein paar Mal! Wir haben schon einen dauernd neuen Planeten! Nein, wir müssen immer noch auf der Erde! Nein, diese Raumschiffe zum Beispiel waren nicht auf der Erde! Oh, jetzt haben wir Stimmen, wir Merkur! Nein, ich muss den Kapitän vorstellen! Stell dich Kapitän vor! Ich hab dafür gevotet! Ihr müsst nur noch beitreten! Was denn? Wie mache ich das beitreten? Ja, ich drücke SK und dann auf annehmen! Oben! Annehmen! Wollen wir jetzt noch eine machen? Also kannst du die Folge beenden und eine neue machen! Nein, ich lasse es laufen! Ich lasse es einfach laufen! Ja, und das mache ich dann! Ja, sag ich doch! Und wer fehlt? Markus fehlt! Naja, ich bin schon 3 Wochen genommen! Ich bin fertig geloadet! Ja, Markus kommt! Jetzt schön, Markus! Gut! Aber das ist die letzte Mission heute! Und... Ja! Warte! Zweite! Letzte! Das ist unsere Chance! Boar hat sich von seinem Elite-Guard entfernt! Er ist vulnerable! Entschuldigung! Entschuldigung! Jawoll! Voll reinhaken! Er hat Elite-Wachen! Dann sollten wir aufpassen! Wenn wir hacken voll rein, ne? Voll vor! Scheit aufs Tier! Nicht dran hüpfen! Erstmal! Erstmal die Gegend auskundschaften! Unter uns... ... ist clean! Wer... Markus hat geschossen! Auf nicht Scheit! Ja, Jungs, ne? Kommt schon, das wir dich aufnehmen! Jawoll! Und dann kommt der... Oh, ja, und bam! Lootchess! Hier rum, hier rum! Lootchest! Na, wenn wir lootchess mit... Loot! Und ich denke, oben ist auch Loot! Bei die Gegner! Mal ganz kurz da vorbeikucken! ja ganz kurz ganz kurz dadurch dass hier noch keiner lang war okay ich hab sie alle an die wand genagelt man bist du hart ich mach das auch wenn es sein muss das haben wir schon jetzt können wir gehen sollen jetzt da unten in die tunnelse nein 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 nicht sterben hast du gerade gesehen wie ich rumgeflogen bin Nö das nicht ich bin gleich gegen die Wand gibt und auf einmal wieder Kilometer wird so ich hänge an die Kastner den Kasten vor Ort wird es war ein Scheiße weil wieder typisch gut und einfach in die Halle mitgegnet aber mit Sprungschirm also mit vollem schönen Schwung reingesprungen aber jetzt müssen wir sehen müssen das für melan ja kurz war ja nur vier fünf stück hier ist sie zumindest aus ich höre welche hast du hörst du ich hatte ja dann sucht sie hol den Fahrstuhl hoch ich hole den Fahrstuhl hoch hier waren wir doch schon mal ja wir laufen jetzt rückwärts da unten ist da einer da bei der Kühlung ist er da hat er das ist gesend auch scheiße kriegen wir haben aber das hat er und er hat ab dem auch und vier geschehen scheiße und da ist der Land zu spät die sie sind ich hätte nur die Einheiten hier die Klinik wiederkommen nur wegen euch er unglaublich war es zu haben zu spät gesehen ich habe die Garten Stiftung gehört so gut doch so dass die Übung kommt ein bisschen Mainz gehen von das gilt ein Rennen und sterben das ist ein bisschen du geschafft wer hat gestorben jetzt noch nicht das dauern er war noch ein bisschen lebendiger aus da unten schreit sie an die Hände Lutz da ist noch einer oder bei mir irgendwo hat er auch hat umgebrüllt er sind ja bei mir rechter um über mehrere wir müssen immer lieuten dass wir unsere Waffen bauen können besser verbessern können du kannst ja selber Sachen bauen deswegen müssen wir looten hier oben ist eigentlich ziemlich clean aus um ehrlich zu sein einsatzschild typi einsatzschild ja lenken ab oder gefällt Achtung da drin alle hatte ich dafür und wieder ein einsatzschild alt hat er schon wieder aber er hat ein einsatzschild das ist wieder jungs machen da 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 wenn wir sterben wollten müsst ihr übrigens in die Hockey gehen ich will die Leute einfach töten die wir uns beschießen was das war ein das war ein Stealth Kill gerade eben ich hab gar ein Stealth Kill gemacht wie ich einen abgeschossen hab der vor mir in Deckung gegangen ist aber hier unten sind sie noch ein paar haben wir ihnen einfach die Beine weg ist auch geil so Sven oh ne jetzt kommt der fette was Captain vorkommt oh den kenne ich ich will nicht kennen wo ist der und die leider doch aber da unten sieht mich nicht an der Besuchung ist nicht da und drüben Brüder Playa ich sterbe ja nicht in die Lage hilft der ist auf der Plattform vor allem nein da kann sich die im Ball ist auf er hat er oder sagt kann er ist ja nicht bei mir der für mir immer noch denn immer noch bei mir er hat schon viermal mit dem Bogen gehettet auf einem Akterneben gesprungen ja wir haben ihn elektriziert er kann sich nicht bewegen oder er sollte sich nicht bewegen können oh 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 nö das hat sich Freunde geholt ich gehe in den Speed Motors geh auf Crack drückt mal 2 das hätte übelst was Crack könnt ihr das auch auf 2 so ein komischen Crack-Modal aber ich glaube wir hauen ihn nicht gut rein als er ich bin vergiftet oder so oh holt ihr vorhin weg 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 Blitz-Attacke wie mach ich die? auf 1 alle drei gleich mal der Blitz drauf ja hier er hat er hat er hat er hat er hat er hat er nicht mehr jetzt ich habe ihn jetzt kann ich habe ihn nicht in sehr viel abgegangen es ist oder habe ich ihn haben wir haben wir haben doch wenn es schon mehr mit level 6 hier ich bin level 5 BD hat glaube ich auch als Kälb ihr seid korreiche er ist er bei der 5 und ich bin 6 da kommt niemand mehr er drüben auch immer erst da ist ein ding messer typi messer typi chest ja ich hab ihn schon weggeholt die messer typis haben ja kein leben nö keine panzerung wir machen es auch so mehr schaden alarm ist an hier bei mir mach ihn weg hab ihn ja marsch hol ich mir so will ich nahkampf ich will mein stamm ein stab noch aufs kill wo auch wenn es exaktiert okay jetzt geht es selbst markus wir haben uns schon durch da hat er in dem euch oder hat er was wollen lassen ja und müssen dafür zu einem boot mod fallen lassen ja reichweite naja die hier überall kleben so aber ich glaube bei der flucht kann man nichts helfen weil bei der flucht jedes mal klappt nie ich glaube die flucht kann man nicht helfen aber wir sind ja schon wieder auf der flucht ja ich hab den roter weg den ersten markus markus anders teilte komm doch ja ne man kann nichts helfen noch bevor du den roter einschlägt schießen die schon nach rechts wow hau immer raus damit ihr auch hinterher könnt ja wird es am Boden machte soll immer noch bevor du raus gehst und kannst ihn nicht erholen danke mal kurz ich will doch irgendwas hat mich getroffen was richtig damit macht ja hier unten sind wieder Eliteeinheiten das holt die alle im Nachkampf im Nachkampf sind sie einfach gestandt das ist saugell gut und es ist wieder mod mann ja nicht nur schädigt wird da da kommt die tippe ja ich habe erstaunt und hier rüber Kiesa Toten ist auch Blutleute ja ich hab hier den Luh mein Blut war mir fast nichts gescheitert nur gut dann komme ich auch mal die schon hier ist der Besserung der Motta da ich mir untergefallen ja 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 als Camp and Runs alter nein da müssen wir aber hin Leute natürlich müssen wir hier hin Camp and Run muss natürlich zum Flichtteil gehören ja Moop war cool hier in die Ecke gehüpft ja was dürfte Markus halt noch ja ist er noch alle da jetzt ist er da ja eben war er nicht du bist schon wieder vorausgerannt ja lauft beide Parallelen nebeneinander links oder rechts schwert euch nicht lauft durch die Mitte gut da ist er da tot links ist ob man geht es tut leer links sieht clear aus der will scheiß Achtung jetzt kommen sie wieder shotguns die kam mit die Tür raus ja haben wir sie ich mache auch noch einer dahinter nein 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 ich habe ihn angeschossen ich habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn gut ja ich komme ja schon es gab nur Pistolen Munition Markus kann man auch das ja ja ich habe noch eingetreten und ich habe Blut eingesammelt da hinten das Loot in Leute da da hinten das Loot da hinten das Loot Alarm Alarm Diener zerstört Brutuskopf er hat ihm musste nichts gehofft Krasserei beschädigt an Krass 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 auf jetzt da raus oder wie owners Das Spiel besteht am Hälftezeit nur z Thron luten Ja THAT'S A fill Open World Game So jetzt gehen wir aber А What Alter Was ist Wenn man durch diese Fontaine ruft fliegt da man mound Hugo O Antes UR Erfahrwind Was verfolgt mich und jetzt da habe ich jetzt nie kind sneaky sneaky links oder ich komme auch nicht hoch jetzt bin ich auch ihr wisst ja ja ich habe ihn gehört aber ich weiß nicht wo ihr herkommt das ist der ausgang genau hier ist meistens an ort stopp loch hier ist irgendwas alter ja ein loch kommt irgendwas nein der ausgang warten auf mitspieler ich bin wieder rausgerutscht und pfeife jetzt rutsche ich wieder rein und dann ist vorbei Leute jetzt mach ich jetzt anfutter ich bin durch zurück ey seht euch die Pfeifen ein bisschen aber hier die Affen ja das ist ja furchtbar okay ich gebe es dann runter wenn ich schaue ich weiß nicht wie ich glaube ich springen benutzen ne springen ist es lüg mich nicht anfutter noch abgefuckt ja mal kurz ja aber mag es hat am wenigsten schaden weiß der schaden weiß der kills kommt schusskills hast du und da kann praktisch war ich hat wieder jeder irgendwas abgesagt ja aber mal richtig zugelegt dieses mal ja die meisten trotzdem am wenigsten schaden das ist echt gut weil wir uns schaden kassieren kann dann müssen wir schon wieder ein stern segment hier installieren echt ja ja ich stecke schon wieder irgendwas in den boden ja einmal aber deine arbeit hat erst begonnen das ursprungssystem ist im chaos und es braucht dich tenno ist immer bereit so aber im moment die lauert immer noch ja ja ist ja nicht völlig zeit die ersten abschnitt gewonnen ja erste quest reihe erledigt gegen den ersten gesehen leute ja es war bossfall haben wir doch das gemerkt aber ein bisschen stärker ist und ich werde ein bisschen später aber ich meine auch das war quasi der erste abschnitt des kompletten der story ja die leute hier mit haben jetzt bin ich gespannt wie sie das nächste mal wieder auf eine neue story einleiten wenn ich mich jetzt hier dem ding näher kommt nämlich keine mission mehr das heißt das nächste mal werden wir wahrscheinlich eine neue mission bekommen wenn wir dann auf die sterne karte gehen das heißt bis dahin leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal servus und tschau